Was möchte ich mit Zyklamat süßen? Zyklamat hat eine ganz besonders hohe Süßkraft. Im Vergleich zum Zucker liegt diese bis zu 70 mal so hoch. Im Vergleich zu anderen Süßstoffen ist die Wirkung jedoch eher gering. Wo ist Zyklamat überall zu finden? Tatsächlich ist Zyklamat durchaus als Zusatz in einigen Lebensmitteln zu finden. Vielleicht nimmst du es schon lange zu dir ohne es zu wissen. Wie hoch darf die Tagesdosis von Zyklamat sein? Für Süßstoffe gibt es eine empfohlene Tagesdosis, die durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz auch als EFSA bekannt, festgelegt wird. Wie kann sich Zyklamat auf meinen Körper auswirken? Interessant ist für dich möglicherweise die Frage, welche Auswirkung der Konsum von Zyklamat auf deinen Körper hat. Kann ich mit Zyklamat abnehmen? Ein wichtiger Aspekt in Bezug auf Süßstoffe ist die Frage, ob du mit ihnen abnehmen kannst. Erstindustrieller Zucker ist heute in zahlreichen Lebensmitteln zu finden. Worum handelt es sich bei Zyklamat mit Saccharin Natrium und worin liegen die Vor- und Nachteile? Du kannst den Süßstoff Zyklamat in Kombination mit Saccharin Natrium kaufen. Er wird normalerweise in Form von einem Spender angeboten, in dem sich Tabletten mit den Süßstoffen befinden. Worum handelt es sich Zyklamat mit Taumaten und worin liegen die Vor- und Nachteile? Zyklamat gibt es auch in Kombination mit Taumaten. Bei Taumaten, das unter der Nummer E957 als Süßstoff geführt wird, handelt es sich um eine besonders starke Variante. Worum handelt es sich bei Zyklamat in Tablettenform und worin liegen die Vor- und Nachteile? Zyklamat wird sehr oft in Form von kleinen Tabletten angeboten, die in einem Spender aufbewahrt werden. Diese Form der Aufbewahrung sorgt dafür, dass der Süßstoff dunkel und trocken gelagert werden kann. Dadurch hat er eine sehr lange Haltbarkeit. Worum handelt es sich bei Zyklamat in flüssiger Form und worin liegen die Vor- und Nachteile? Eine Alternative zur Variante in Tablettenform ist das Zyklamat in flüssiger Ausführung. Der Süßstoff wird teilweise auch in Flaschen angeboten. Hier ist auf den Flaschen angegeben, wie sich die Süßkraft zusammensetzt. Krebsgefahr und Zyklamat, was hat es damit auf sich? Unsicherheit in Bezug auf Zyklamat kommt vor allem daher auf, weil es immer wieder heißt, Süßstoffe wären möglicherweise krebserregend. Hier wurde auch Zyklamat zu einem Thema. Warum wird Zyklamat mit Saccharin kombiniert? Du wirst feststellen, dass der Süßstoff in den meisten Fällen mit Zyklamat angereichert ist. Woher weiß ich, dass Zyklamat in Lebensmitteln enthalten ist? Es ist tatsächlich nicht so einfach zu prüfen, ob die Lebensmittel Zyklamat enthalten. Dies hängt damit zusammen, dass es sich hierbei um einen Oberbegriff handelt. Unter dem die Zyklohexansulfamidsäure, die Zyklohexylsulfaminsäure sowie die Kaliumsalze und die Natriumsalze zusammengefasst werden. Wie schmeckt Zyklamat? Saccharin wird Zyklamat unter anderem beigemengt, damit der Geschmack des Süßstoffes nicht zu stark durchkommt. Wie wird Zyklamat hergestellt? Bei der Herstellung von Zyklamat wird auf eine chemische Reaktion gesetzt. Hier werden die Amidosulfonsäure und das Zyklohexylamin zusammengebracht. Es kommt zur gewünschten Reaktion und in diesem Zusammenhang zur Fertigung von Zyklamat.